was war das ich weiß auch schon wohin ich habe eine gute idee ich habe die ja ich habe ich habe eine lösung ich habe eine lösung und zwar weißt du wohin ich hab ne idee ich hab ne idee ich hab ne idee ich hab ne idee oder ich hab die perfekte idee das ist mir fällt was ein mein gehörn brüdet was aus da müsste man dann mit dem wasser ich glaube das waren sieben blöcke oder so müsste es dann das müsste ein quadrat sein war das ein rechteck das ist dann oder musste damit er machte halt die würfel dann kannst du halt sparen kannst du nur bestimmte sachen sparen lassen hier habe ich gedacht guck mal hier kann man auch schon bauen dann müsste man jetzt ausziehen wie breit das sein muss egal wie das das sieht es das kann aussehen wie scheiße leute und dann müsste man in der mitte dann müsste man in der mitte müsste man jetzt eine mitte festlegen wir brauchen leiter und haben leider dabei nein haben wir nicht muss ich leider kann man irgendwie holz dabei ja heute haben wir dabei das schon mal gut aber eine wirklich dabei doch habe ich auch dabei hervorragend ich war ausgerüstet wie ihr wie jetzt panzer das paar mal leitern dann machen wir mal ich weiß gar nicht ob leitern so gehen ja leitern war ja aus stöcke so dann machen wir mal jetzt hier leitern leitern ging glaube so wenn ich mein ja alles klar läuft leute läuft definitiv läuft das müsste dann weil wir müssen dann wieder hochkommen sollte man schon machen müsste dann wir machen wir einfach alle das wäre 27 tief müsste wenn wir machen wir auch die hier so machen das hin und her so machen wir jetzt da dann da dann da so ich will nichts mitnehmen mehr hoffentlich geht es auf man sieht es könnte es könnte aufgehen es geht nicht auf leg mich doch mal so so hier nehmen wir mit vielleicht kommen immer mit platz den resten kann ich so jetzt müsste ich jetzt müsste ich hier ein quadrat machen dann machen wir den eingang möchte ich dann unten ich werde das mal kurz hier zu bauen den eingang lassen wir mal hier den eingang lassen wir da machen wir mal hier so ein eingang hallo ich brauche mal steine haben wir nicht heißen als nehmen wir nicht bruchsteine haben wir die anderen hier alle steine mehr ja das ist egal machen wir mal kurz hier da haben wir schon da welche so dann machen wir das jetzt aber dann machen wir das jetzt hier symmetrisch wenn wir den eingang hier machen halt immer dann machen wir mal in den eingang das ist egal jetzt das kann aussehen wie scheiße das soll erst mal nur zweckmäßig sein und dann machst du hier oben noch so dann machst du jetzt auch so einen eingang wie habe ich das hier gemacht ja so so lala jetzt kommst du mal du kleiner loser so und jetzt musste ist der eingang jetzt zu dieser egal du sollst machst du hier noch die wand hin habe ich keine steine mehr das ist egal so dann ist das jetzt der eingang leute so jetzt müsstest du dann und dann müsstest du hier zwei breit lassen oder machst du das halt schwierig überlege ich gerade ich war bis waren sieben oder so breit warte mal wir machen uns mal ein eimer ich werde jetzt mal kurz schnell entschieden das ist mir jetzt das müssen wir zurücklaufen einmal jetzt kurz was gucken und zwar wie weit war das war das 7 sind jetzt 1 2 3 4 5 6 noch mal 7 oder was das muss das so funktionieren und dann wir das doch ja genau und dann fällst du nämlich runter also das heißt 1 2 3 4 5 6 7 8 ok also war das 8 ok alles klar leute da weiß ich bescheid da weiß ich bescheid in einmal wenn man sich jetzt hier das kann man einfach so lassen jetzt 8 das heißt das heißt 8 und dann müsste das also 8 also 8 müsste es sein müsste ich irgendwie mitte finden also jetzt hier lasse ich mal den eingang immer steht eingangsbereich ich ziehe ich also ab hier dann machen wir mal was haben wir noch schon irgendwelchen scheiß dabei nein haben wir nicht dann aber dann machen wir mal den weg und machen den mal hier ja genau so das ist der eingang so und dann gehst du halt die runde aber musste in die mitte jetzt hier die mitte machen oder ich werde das jetzt so machen dass da der eingang ist dann gehst du runter sondern gehst du runter wie mache ich das jetzt am besten leute dass mich kurz überlegen warte mal jetzt korps reiben korps reiben warte mal du kommst jetzt hier rein dann gehst du nicht in die wand weil ich das mob spawner ist hier ist die wand dann gehst du runter hallo so haust du oder was jetzt bin ich ganz sauer oder was hier ist dann die wand und dann gehst du hier gerade müsstest du dann vielleicht sagt mal wo kommen die alle her mensch haben die alle keine hobbys warte mal dann müsste das ja auch hier wer das ist die wand also 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 wäre das dann ich brauche mir irgendwas zu markieren haben wir jetzt nicht dabei müssen wir irgendwelchen krempel dabei haben wir mal ich mache das alles weg jetzt hier brauchen wir erde das brauchen wir jetzt nicht so dann wäre das jetzt hier also wäre das jetzt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 also 9 also das ist 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 hier ist die wand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ok 1 2 3 4 5 6 7 8 also 1 2 3 4 5 6 7 8 9 also 1 2 3 4 5 6 7 8 genau so das wäre dann der weg zu dem punkt zu dem punkt und dann wäre das dann die bitte brauche ich jetzt ich brauche die mitte so angenommen ich würde das dann müsste ich jetzt auch 10 also 1 2 also es werden jetzt 9 ist egal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 es werden jetzt 9 das wasser fließt ja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 und dann fern die runter geschubst genau jetzt geht mir der auf den sack wo schieße schon wieder wo gehst du auf den sack alter junge wo schießt denn der nur hier du wirst super alter wo du herkommst du trickiger so dann müsste ich jetzt es müsste in drei mal drei fällt müsste es sein also das wäre dann das wäre dann der genau das wäre dann das wäre dann das feld dann würde es da nach unten gehen ok das heißt 1 2 3 das wird der eingang also 1 1 2 3 4 5 6 7 oder mal 1